Die Stimmung war gut und alle freilten sich auf den bevorstehenden Weihnachtstag. Unter ihnen war auch eine alte und arme Frau, die versuchte, ihre Hosen zu verkaufen. Ihr äußeres Erscheinungsbild war aber so schellig, dass sie von allem nur verspottet und aufgelacht wurde. Und links vor hoher Mut und Grausamkeit merkten die Menschen nicht, dass bei jedem bösen Wort, das fiel, das Licht um sie herum immer dunkler wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah meine, meine, meine WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020